Hallo, was darf's denn sein? Äh, ich hätte gerne ein Espresso. Ich hätte gern auch ein Espresso. Moment, eins nach dem anderen. So, ein Espresso. Und Sie wollten? Auch ein Espresso. Au. Na, jedenfalls... Entschuldigen Sie bitte, aber wären Sie mit einem einfachen Block nicht viel schneller? Ja, das wäre ich wahrscheinlich. Das wäre ich. Das wäre ich. Das wäre ich ganz schön. Das wäre ich vielleicht. Das wäre ich.